Wie komm ich da wieder raus? Beenden. Äh, äh, als F4. Nein! Doch klar, kommst du aus dem Minitor raus. Nein! Doch klar, komm man da raus. Meinst du im Train Simulator? Ja. Drück unten auf den Pfeil, unten rechts, also auf dieses, äh... Gleich komm, gleich komm, da ist kein Pfeil. Da ist kein Pfeil. Siehste? Natürlich ist da ein Pfeil, da muss ein Pfeil sein. Unten rechts. Also das ist kein Pfeil, das ist einfach so ein Dreieck. Toll! Dennis kennt den Unterschied zwischen Pfeil und, äh, Dings hier, äh... Ja, es ist theoretisch ein Pfeil, es ist jetzt kein Dreieck, sondern... Es ist nicht Pfeil, das ist einfach so. Nur halt ohne, ohne diesen... Scheißegal, unten rechts müsste so ein großer Button sein, da musst du draufklicken. Dann lädt der, dann musst du auf E-Stick klicken und dann kannst du raus. Da ist Sprechen. Alter, das sieht so krass aus, ne? Vor mir ist einfach so ein fetter Bärt, alter. Voll die schöne Landschaft. Sehr schön. Jawoll, sechs Tode. Ja, ja, ja. So, ähm... Hinterrücksmäucheln ist besser. So. Mh... Gehen wir mal über den Stein. Stefan musste nach oben? Was? Meinst du, dass Stefan nach oben musste? Zu Emschermann? Ja, also in Halbwanderen. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, dass ihm das gesagt wurde. So. Ähm... Wie heißt Nicolo eigentlich auf Insta? Buspotter 037. Ja, und auf welchem Bild hat er jetzt diesen Dings markiert? Auf wen? Such einfach nach Buspotter 408. So. So, Regeneration auf die beiden. So. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich wieder einmal einen Verlust gemacht. Das ist jetzt nicht ultra viel. Aber besser als diesen einen Windgott zu verlieren, das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Genau. So. Ähm... Erster des Zirkels. Ich kam so schnell ich konnte. Fahada, dieser Aufstand ist kein lokales Phänomen. Ich fahr mal weiter. Das habe ich auch gehört. Ich würde mal gerne wissen, ob der Bahnübergang wieder aufgeht. Was willst du wissen? Der Bahnübergang wieder aufgeht. Ja, der geht wieder auf. Ja, ich mein hier. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Standort weggeht. Schau mal. Und eure Vorliebe für diese Unnatürlichkeiten ist uns nicht unbekannt. In Zeiten wie diesen Ich bin jetzt ein Trainspotter von hier. Ich wollte nicht respektlos sein. Meine Loyalität gehört allein der Liga. Hast du diese Railfan-Aufgabe gestartet? Ja, das ist auch. Traum, die Rebellen zu jagen. Ich bin geirrt. Wir hatten den Anführer dieser Erhebung identifiziert. Er heißt es, Ja, aber da kommen nur ein, zwei Züge und eins war's. Um diese bedauerlichen Vorfälle rasch abzuschließen, da kann man nicht mal richtig warten. Oh, das ist so eine schöne Kart hier, ne? Übernehmt zunächst den Schutz der Stadt Mannar. Ja, erster ist Zirkel. Fahada, ihr zeigt großes Potenzial. Obwohl einige nicht entzündet gewisse Entscheidungen von euch sind. Wo? Doch ein Erfolg in dieser Sache sichert euch die Zukunft und einen Platz in neuner Zirkel. Sehr schön. Die Stadt müssen wir anscheinend erobern. Was hast du gesagt? Nichts, alles gut. Das, was uns nicht interessiert. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Das, womit ihr nicht, äh, nichts zu tun habt. Mit dem Spiel da, oder was? Ja. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Ein cooles Spiel. Ein Spiel, was mir gefällt. Hab ich am Anfang der Folge gesagt. Das ist nicht verstanden. Ich glaube, das war irgendwie voll schnell. Tja. Irgendwas mit 7. Muss auch mal langsamer reden. Ja, also ich rede ja schon langsam genug, so dass die Zuschauer das wohl verstehen können. Irgendwas mit 7. Ja, 7 ist schon mal richtig. Ja, das hätte ich auch verstanden. Sehr schön. Dann ist ja schon mal nicht zu viel verlangt. Ähm, bescheiden. Ich kann da nicht hin. Ich werde nicht mehr, ey. So. Dahin kann ich. Dahin ist geschlossen. Das habe ich besucht. Das habe ich auch besucht. Haben wir noch ein Feindchen? Nö, die haben wir alle abgekackt. Ähm. Gering. Oh, das geht ja noch. Oh, das ist noch eine Schatztruhe. Jawohl. Äh, Erfahrungspunkte. Oh ja, das ist ja locker. Oh, das ist locker. Locker, locker, locker. Locker, locker. So. Ah, schon offen? Ja, das ist schon offen. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Okay, jetzt ist ja gleich so passiert, aber ist egal. So. Ähm. Oh. Gut, dann wollen wir mal erst mal die hier wegmachen. Lärm sich mal an, ne? Ja. Gut, dann wollen wir mal. Oh. Oh. So. sehr schön, 5 Tote ich hab da auch noch mal ich muss gleich mal ein bisschen Regeneration aktivieren ähm, Regeneration auf die beiden Freunde der Sonne warum Freunde der Sonne? komisch warum nicht? darf man das nicht sagen? ich hab nur gefragt warum das verbauten dieses verbauten ach, ich liebe die Holländer, Alter verbauten verbauten denn es hat nen Schaden denn es hat nen Schaden ist b-gal egal ok, ja is verbauten ne is verbauten ist eigentlich er eRE EE erst mal Da haben wir es wieder, Marcel. Ja, nur Highhold. Oh Digga, Rabea hat einen Leitkriegel gestartet. Oh, das ist knapper. Schade. Sehr schön. Na ja, homo. Ich versuche jetzt nur wie ein Holländer zu reden die ganze Zeit, ja? Ja, mach das. Ach ja, weißt, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Siehst du kein holländisch. Ja, nee, das ist jetzt gerade mal was, was richtigeres. Ja, ja. Weißt, was mir gerade aufgefallen ist? Ich hatte ja eben gesagt, dass euer Hauptbahnhof so zwei Etagen hat, ne? Stimmt nicht. Ja, ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Ist Osnabrück Hauptbahnhof. Was habe ich doch gesagt? Wir sind nämlich nicht zwei... Wir sind nicht untergrundmäßig. Ja, wie sehe ich so die Maulwirke? Ja. Genau, wir sind nicht so... Wir sind nicht so die Untergrundkinder. Ich weiß auch, dass Oldenburg in der ganz anderen Haftbahn gefahren ist. Ja, ja. 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 Boah, natürlich ist das nicht irgendwie. Ich weiß auch, dass er begreift wird. Und genau das wo sie mir ist. Also wo ist er? Auch wenn du wo wüsste, können wir nicht wahr. Schade, denn wer redet lebt vielleicht. Warte, Malandurs und Raume der Wüste, mächtiges Alles in Mehl, gibt Machtsauberer zu sagen, soll in Kavermen von Amal sein, jetzt Logo lebt! Jetzt Logo lebt! Logo hätte mich ausregen lassen sollen. Ich wollte sagen, du bist vielleicht länger. Du bist ein Verräter. Kalida, du weißt, was zu tun ist. Ja, meine Lady. Sevena. Was laverst du da? Ich bin gerade was am Schammer. Sevena. Elden. Apeldom. Ja, Milady. Wir sind allein, kein Grund so förmlich zu sein. Was du, Milady? Ich komme jetzt mal von der anderen Straßenseite. Einmal in der Leyen. Ich gehöre dir gestern ebenso wie morgen. Ich gehöre dir gestern ebenso wie morgen. Ich verstehe, wie wichtig Erfahrung für dich ist. Den Haag. Den Haag. Das ist er. Aber mein Erfolg ist auch deiner. Antwerpen. Jetzt musst du dieses Juwel finden. Vor den Ops. Dein Wunsch ist mir befehl. Oh, das ist ja schon Belgien. Ich werde weiterhin Städte befreien und Truppen ausheben. Belgien? Belgien. Belgien. Was ist das? Belgien. Das klingt da so lesbisch, Alter. Belgien klingt lesbisch? Nee, das was sie hier gelabert haben. Was ist denn bitte lesbisch, Alter? Wie klingt lesbisch? Deine Mutter. Wenn ein Mädchen zu einem Mädchen sagt immer Liebste. Och, Liebste. Liebste hier. Oder Liebste. Ich lege mich jetzt auf die Gleisen. Ich will nicht mehr leben. LTS. Ja. Kann man einmal nur auf die Gleisen gehen? Bei unserer Schule gemacht. Ich hab ein ganz dickes Problem. Kennen ihr PTP2? Nein. Doch. Auf jeden Fall haben wir PTP2, haben wir Hennef nachgebaut. Ich hab mir Hennef gesehen. Schön. Haben wir Hennef nachgebaut. Schön. Und wir haben so eine Frau dann auf die Gleise dargestellt. Die sollte bei einer Lehrerin spielen, ne? Und dann bin ich schon auf die Idee gekommen, daraus einen Film zu machen. Schön. Schön. Scheiße. Das war jetzt aber nicht nett von dir. Frau Klapprot. Red ich auf die Gleise. Frau Klapprot. Frau Klapprot. Ach du heilige Kacke. Heulige Kacke. Heilige Kacke. Heulige Kacke. Heulige Kacke. Fahrende Dettel Hans sieht geil aus. Was? Warum so haltestellt die Züge? Bvvvvvvvvvvvvvvvv. Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvdvvvvvvvvvvvvvvv treiben was kommt zu 3 weiß nicht das ist überhaupt wenn ich das ist ein paar die S-Bahn ist es ist das war ich weiß da muss man auf eine S-Bahn Berlin kaufen nehmen da ist im Moment ein Äther im Bau das Einzige was glaube ich noch nicht gemacht hat was hat denn der Bau damit zu tun heiz Maulios dreht der mir auf die Beihal Junge Mielingen bei Rees so rohstoffe farmen der Typ geht ja höchstvoll auf den Sack mit dem ne so 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 so